Ich bin Slenderman, ich bin im Haus. Ich weiß nicht, ich kann deine Hand sehen. Nein, based on Slender, created by irgendwelchen Leuten, Sanatorium. Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge, ihr könnt euch vielleicht noch an High Spice erinnern, was ich mal gespielt habe damals. Das hier ist einfach eine andere Map, aber gleiches Prinzip. So wie alle Slender-Dinge einfach Jumble finden, also diese Seiten. Und ich freue mich schon, ich habe auch schon ein bisschen Angst. Und ja, guck mal wie schön das hier gemacht ist, das Level. Das ist nicht so kackig wie, oder? Das andere in High Spice war viel unschöner. Guck mal, man kann sich hinten sogar verstecken, wenn er kommt, du Schlen... Oh nein, wenn er kommt, ist man richtig gefickt da drin. Wir haben eine Taschenlampe, schau. Wir hatten hier nicht aufgeräumt, hey. Also, hallo, hallo? Hier ist schon wieder schnauf, da hat doch Angst, der alle Bonka, der Verschissene. Oh Slendy, wo bist du? Slendy? Was ist das? Seite, Seite, es ist das Dirt. Das sind Socken und so, oder? Socken und also Wäsche. Slenderman trägt Wäsche. Ist ja nicht nackt. Ah, der hat immer einen Anzug an, gell? Moment mal, der hat auch einen schwarzen Anzug, oder? Oh my God. Hey, nowhere to run, nowhere to hide. Doch, man kann sich unterm Bett verstecken. Hinterm Bett haben wir doch gerade jemals gemerkt, Mensch. Ich mach einfach mal die Taschenlampe an. Ich glaub nämlich, dann kommt er. Wir gucken, ob er hier jetzt genauso aussieht, wie bei Hochspeis. Slender? Der Gang ist viel zu lang und übersichtlich. Ich will schön in diese ekligen Ecken rein. Slender? How can I help you, Slender? Och, guck mal, da ein Markt. Ein Superstore. Guck mal, wie groß der ist. Der hat zwei Theken. Und es gibt Eis. Alles klar. Hier werde ich Slender antreffen, denn Slender liebt Eis, wie jeder weiß. Das reimt sich, was ich reimt, ist immer gut. Cola, Bubba. Can't be. It can't be. Wie viele Seiten muss ich haben? Acht. Ich brauch acht Seiten und ich hab erst eine. Are you fucking kidding me? Aber hier sind wenigstens viele Türen. Also, spitzeln wir mal rein. Ach so, der Slender-Apparat hier. Wenn ich das anschalte, wird er gefistet. Slender? Slendy? Moment, hier bin ich auch gestartet, oder? Ach, und hier wird die Wäsche gewaschen vom Slenderman. Aha, okay. So, so. Ja, aha. Bestimmt die Waschanleitung. Immer schön mit per Woll, sonst kratzt's wisch. Now escape! Zwei von acht erst. Lächerlich. Lächerlich. Hallo? Man, man bemerkt, man sieht diese, diese, ne? Die Wände sind etwas wie eine Tür. Das heißt, hier ist sicherlich etwas versteckt. Slenderman? Nicht erschrecken, okay? Slenderman, ich muss mich kurz kratzen. Ne, dann erschrickt man und reißt sich die Nase ab. Lass dich da schlamm gerade mal aus, so. Ich glaube, das verschreckt den ein bisschen. Slenderman, du kackst doch gerade. Slendy? Hallo? It came from the forest. Was? Was heißt dieses Geräusch? Etwa, dass er kommt? Slenderman kommt? I'm gonna fuck you, Slenderman. Slendy? Hallo? Wie ich schon bitte um die Ecke gucke? Slendy? Ah, aha. Took my girl, now I come and forget. Slendy mag also kleine Mädchen. Natürlich bin ich ein großer Mann. Deswegen kommt er die ganze Zeit nicht, deswegen taggt er sich nicht, weil er, was ist das? Das ist das? Star Wars? Without a thought, we create the world. Ich bin ein Slenderman, ich habe gerade was gelesen. Ja, natürlich will ich nochmal. Ey, ich habe gerade was gelesen, also dann unterbricht er mich einfach, also bitte, ja? Ist ja wohl verfickt nochmal lächerlich. Das ist mir gerade egal, auf wem das gebasht ist. Ich will Spiele. Das finde ich schon ein bisschen gay irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich will ihn sehen, wie er es auf mich zukommt und dann vor ihm wegrennen und Angst haben und so. Und nicht irgendwie, was ist denn hier? Puh, tot. Ich will schon ein bisschen Angst haben. Ach, hier schläft Slenderman also. Aha. Always watch it. Hier haben wir reingespitzelt vorhin, gell? Ja, da ist die Slendermaschine, wenn man die anmacht, wird er gefistet. Das wissen wir jetzt. Deswegen lasse ich die jetzt auch mal aus, vielleicht kommt er da nicht. Weil wenn man so eine riesige Gummifaust im Hintern hat und gefistet wird, klar, ist man dann sauer. Aha. Halt, stopp. Habt ihr es gesehen? Guck mal, wie er da steht. Okay, Staring Contest right now. Na, ich will aber nicht sterben. Slenderman? Er kommt einfach näher. Ich bin nochmal weg, Slenderman. Hier ist seine Dreckwäsche. Und wehe, wehe, der ist nicht gewaschen. No escape. Slenderman. Slenderman. Juhu. Hiha. Ich bin der Michael. Der Jackson, wisch? Okay, also hier ist nochmal das Klo. Hier ist nochmal die Toilette. Ob jeder kennt diese coolen Dinger? Und die Hand ist immer noch nass, wisch? Hier steht also ein Wäschekorb. Okay, alles klar. Also muss er hier irgendwo wohnen. Slendee, no one survives. Ist mir scheißegal. Ich will nicht survive. Ich will gewinnen. I want to take the victory with me. So. With our hearts, we create the world. Oh, Slenderman. Ich lese und der Ficker guckt mich wieder an. Von hinten. Ne, Slendee, ich gehe einfach jetzt. Er hofft mich anzugucken. Slenderman, ich laufe gerade, okay? Kannst du mal aufhören irgendwie? Voll der Unfreundliche. Jetzt ist er wieder weg, natürlich. Er guckt ihn da so in der Ecke und keult sich ein. Wie bei Scandal Movie hinterm Vorhang. Das Telefon klingelt. Ja, hallo? Ich bin Slenderman, ich bin im Haus. Ich weiß nicht, ich kann deine Hand sehen. Nein, du kannst mich nicht sehen. Doch, ich kann dich sehen. Doch, scheiße. Und jetzt ist er bestimmt, Achtung, näher gekommen. Oh mein Gott, ich dachte, er wäre weg oder hinter einem anderen Vorhang oder so. Slenderman nicht verfolgen, okay? Ich habe ein bisschen Angst vor dir. Geh jetzt mal weg. Danke. Danke. Wie bei deinen Folge bei South Park, wo sie alle den Hybriden, die Hybridautos fahren. Danke. Das wisst ihr doch sicherlich, Leute, oder? Wenn man eingebildet ist, dann spricht man oft mit geschlossenen Augen. Danke. Dann ist man richtig eingebildet. Dann muss man sich direkt ins Gesicht schlagen lassen. Zwingend. Zwingend. Slenderman. Ich biege einfach hier. Aha. Noch drei Stück, Slenderman. Du kannst mich verfickt nochmal nicht aufhalten. Verpiss dich. Uptown, girl. Ja, Slender ist ein Uptown, girl. Ach so. Hier hat mal eine fette Lade stattgefunden. Ja, und Slender weiß von nichts. Out of sight, not out of mind. Doch, ich denke nicht mehr an den Slenderman, wenn ich nicht mehr sehe. Da ist er für mich fort. Welch, der ist für mich fort. Was für ein Spiel spiele ich hier überhaupt? Ich glaube, irgendwas mit Hello Kitty oder so. Ey, ich habe jetzt schon sechs von acht und so. Slenderman, bist du noch hinter mir? Sehr gut. Er folgt mir nämlich. Er guckt, dass ich auch alles hier wirklich richtig mache. Und nicht, ich wiederhole, nicht an die Wände kack. Weil das ist natürlich immer sehr dreist. Ich meine, da würde ich mich, wenn ich Slenderman wäre, auch aufregen, wenn jemand die Wände voll kackt. Slenderman, bitte. Bitte unterlasse es. Slenderman, du bist schon immer noch in der Meer. Ich stumm und fahrt jetzt. Ich bin mir nicht so sicher. Slenderman, nein. Oh, es ist weg, es ist weg, es ist weg. Okay, okay, okay. Hier ist die Fisting-Maschine. Okay, ich schalte sie jetzt einfach mal an. Jetzt hat er gefistet. Slenderman, nicht von der Seite. Nur von... Oh Gott, jetzt schon wieder weg. Jetzt wird es ein bisschen eklig. Die ganze Zeit, ne, wenn er hinter einem so hinterher schlappt. Oh, ist das nicht so schlimm. Slenderman, nein. Nein. Tja, er ist schon wieder weg, alles gut. Achtung, er ist recht, er ist recht, er ist... Hinter mir. Er will, dass ich... Du bist ein kleines Arschloch, Slenderman. Naja, das war doch jetzt ein bisschen horror-horriger. Bisschen. Ihr wollt ja unbedingt Horror-Kram machen, aber ich hab doch Angst. Ich schreie nicht, aber ich laufe irgendwann nicht weiter, weil ich Angst hab. Naja, okay, allah, hopp, gill. Also, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. Ja.